Hallihallo, herzlich willkommen zu einem Liebesorakel. Ich hole mir gleich die Karten ab und hole euch dann wieder dazu. Bis gleich. Meine Lieben, die Karten sind da. Ich habe mir schon ein Bild gemacht. Wir haben hier in der oberen Reihe, das ist quasi die Vergangenheitssituation, was war. Ich bekomme hier auch die Gedanken raus. In der Mitte haben wir die Ist-Situation, die aktuelle Situation. Und ich ziehe hier noch die Gefühle für dich raus. Hier unten haben wir den möglichen Verlauf, die Handlungsschritte von deinem Schatz. Dazu habe ich hier noch für jede Ebene eine Liebesbotschaft und eine Entscheidungskarte gezogen. Dann haben wir noch eine Zeitkarte, dazu kommen wir ganz zum Schluss. Und wir haben hier unterm Deck, hatten wir den König des Feuers, beziehungsweise den König der Stäbe. Bei deinem Schatz, egal ob männlich oder weiblich, kann es sich hier um ein Feuerzeichen handeln oder einfach nur um eine von Grund auf leidenschaftliche Energie, leidenschaftlich feurig, impulsiv, tatkräftig. Die Vergangenheit, beziehungsweise die Gedankenebene deines Schatzes. Wir haben hier den Magier, die Neuen der Erde, beziehungsweise die Neuen der Münzen und wir haben hier die Welt. Also, dein Schatz hat hier in der Vergangenheit oder war hier in der Vergangenheit nicht in der Lage zu handeln. Das kann jetzt natürlich durch irgendwelche eigenen Ängste und Blockaden, kann es so geschehen sein oder durch äußere Einflüsse, ja. Auf jeden Fall wurde hier nicht gehandelt, hier war man blockiert, ja. Da ist nichts vorangegangen, ja. Also quasi von deinem Schatz in deine Richtung, ja. Da kam irgendwann mal der Punkt, wo nichts mehr vorangegangen, ja. Obwohl hier eigentlich mit den Neuen der Münzen wollte man sich hier etwas erschaffen, etwas aufbauen, ja. Mit dir zusammen. Das war auf der Gedankenebene war das schon immer Teil, ja. Hier wollte man tun, hier wollte man was Schönes, hier wollte man den Genuss mit dir erleben. Hier wollte man ja tatsächlich sich etwas aufbauen, beziehungsweise man hat hier von einer gemeinsamen Zukunft geträumt. Das allerdings kam hier durch äußere Einflüsse oder durch Ängste und Blockaden kam das hier nicht zum Abschluss, ja. Es wurde nicht umgesetzt. Es wurde nicht umgesetzt aufgrund gewisser Themen und dadurch, wir schauen gleich weiter, dadurch könnte es dann passiert sein eben, dass man sich hier getrennt hat oder auf Distanz gegangen ist oder Abstand voneinander genommen hat, ja, in welcher Form auch immer. Bei den einen könnte eine tatsächliche Trennung abgelaufen sein, bei den anderen hat sich vielleicht nur einer von beiden oder beide in den Rückzug gegeben, dass man sich hier vielleicht auch gegenseitig stehen hat lassen oder den Kontakt abgebrochen oder dergleichen, ja. Oder der Kontakt wurde sehr reduziert. Wäre auch möglich. Was haben wir hier als Liebesbotschaft, da haben wir die Verwandlung, deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Ja, ihr hattet hier eine schöne Sache am Laufen, ja, eine Affäre, Liebesbeziehung, was auch immer, ja. Je nachdem, wie du hier schaust, ob es jetzt eine Wunschpartnerschaft ist oder eine bestehende Beziehung, ja, da könnte es ja auch sein. Ihr habt euch kennengelernt und es ging schnell vorwärts und es war alles schön und toll und super. Und eventuell wurde das hier für deinen Schatz, wurde ihm oder ihr einfach zu viel, ja, zu schön, um wahr zu sein, zu schnell, zu viel Liebe, ja. Manche Menschen vertragen wirklich auch diese Liebe nicht, weil sie das so, ja, es macht ihnen Angst, sie blocken das ab. Und, ähm, ich muss kurz meinen Hund reinlassen. Ja, aber hier, hier wäre, ihr war die Möglichkeit, hier etwas, etwas Wunderbares aufzubauen. Die Möglichkeit wurde aber natürlich nicht genutzt, ja, steht hier. Wir haben hier die Entscheidungskarte bekommen, lass es sein. Wie die Beatles schon sangen, let it be. In manchen Situationen ist das auch wirklich das Beste, das man machen kann. Ja, hier hat dein Schatz sich gegen dich entschieden, beziehungsweise, ähm, gegen euch oder auch gegen sich selber, ja. Ja, gegen diese Träume, ähm, gegen diese Vorstellungen von einem gemeinsamen Leben, von einer gemeinsamen Zukunft. Durch irgendwelche Einflüsse, ja. Sei es jetzt die äußeren Einflüsse, dass irgendwer gesagt hat, ah, spinnst du, du kannst doch nicht mit ihm oder mit ihr zusammen sein oder es passt nicht. Vielleicht ist hier ein enormer Altersunterschied gegeben, eine, eine große räumliche Distanz. Vielleicht, ähm, ich meine, ich denke nicht so, aber bei vielen Menschen ist es einfach so hier, der, der, ähm, Firmenchef kann doch hier nichts mit der Angestellten oder mit der Putzfrau der Firma anfangen. Ja, dieses, äh, dieses, äh, Schichten-Denken, ja, was meiner Meinung nach total bescheuert ist, aber jeder hat so seine Meinung. Alles okay, Koppi? Ersteck mir jetzt nicht, ich mach grad eine Legung, bitte. Okay, wahrscheinlich wieder ein Fellknäuel verschluckt oder so. Ja, ja, und hier hat man dann einfach die Entscheidung getroffen, ähm, nee, lieber mal eine Runde auf Abstand gehen, ja, oder den Kontakt abbrechen oder, ähm, eine Trennung einleiten. Ah, ist manchmal der einfachere Weg, ja, ob das jetzt der bessere ist, wage ich zu bezweifeln. Aktuelle Situation, beziehungsweise die emotionale Ebene, hier haben wir die vier des Wassers oder die vier der Kelche, ich sag's jetzt einfach so, dieses Deck ist eben, ähm, mit den Elementen verbunden. Wir haben hier die sieben des Wassers und wir haben das Ast der Stäbe. Ja, die aktuelle Situation sieht so aus, dass hier dein Schatz immer noch nicht in die Puschen kommt, ähm, weil hier eventuell, äh, auch noch mehrere Möglichkeiten vorhanden sind, ja, mehrere, ähm, potenzielle Partner eventuell, wo man hier guckt, ja, vielleicht, vielleicht war das, ähm, mit dir auch einfach nur eine, eine Traumvorstellung, eine Wunschvorstellung, mhm, wo man sich hier vielleicht auch ein bisschen umschaut, dann, ähm, wo wächst das Grasgrüner oder dergleichen, ja, hier mit den vier des Wassers haben wir die Situation, dass er oder sie nicht wirklich, nicht wirklich wahrnimmt, welch Gelegenheit ihm oder ihr hier durch die Finger flutscht oder geflutscht ist, ja, dadurch, dadurch, dass dein Schatz hier, äh, ähm, von dir abgelassen hat, ja, wenn es jetzt in einer, in einer bestehenden Beziehung, ähm, ist, dass ihr euch vielleicht voneinander distanziert habt, ja, dass vielleicht dein Schatz hier ein bisschen anderweitig guckt, ja, ihr habt euch, keine Ahnung, Kommunikation ist stagniert, ja, zwischen euch, ihr habt euch emotional auch voneinander distanziert oder vielleicht seid ihr noch in einer festen Verbindung, aber ihr habt euch räumlich getrennt oder dergleichen, ja, also spür dich da bitte rein, wie bei dir die Situation ist, aber hier ist einfach, dein Schatz nimmt hier, ähm, die, die, ähm, Gelegenheit nicht wahr für was Größeres, ja, da wird hier einfach nicht hingesehen, das wird, wird nicht beachtet, weil hier eventuell auch eine Ablenkung im Außen ist, also, das, es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass hier, dass es hier noch andere potenzielle, äh, Liebschaften gibt, die deinem Schatz hier ins Auge stechen, die ihm oder ihr gefallen, ja, das kann auch sein, dass es eine, eine anderweitige, dass hier eine anderweitige Ablenkung stattfindet, ja, im, ähm, Freundeskreis, im, ähm, weiß nicht, familiär oder, oder beruflich, dass hier einfach, ähm, dein Schatz gerade gar nicht die Möglichkeit hat, beziehungsweise sich nicht die Zeit nimmt, um sich, äh, seiner Gefühle gewahr zu werden, ja, wird so ein bisschen auf die Seite gekehrt, ja, und hier mit dem, ähm, mit dem, ähm, mit dem, ähm, mit dem, ähm, des Feuers ist hier einfach, ähm, ähm, ja, er nimmt die Gelegenheit nicht wahr, er kommt hier nicht in die Aktion, er, ähm, tut nichts in Bezug auf dich, ja, Dusch, kommt gleich der Hammer hier, was sagt die Liebesbotschaft, Hingabe, lass los, und alles wird rot werden, ja, das ist das, was hier sein, sein oder ihr Herz schreit eigentlich, ja, das ist dieser Impuls von innen, dieses, lass los von all deinen Ängsten und Zweifeln, gib dich, gib dich deinen Gefühlen hin, gib dich dem Fluss hin, ja, das ist der Impuls von innen, aber anscheinend, Oh, 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 oh Gedanken darum, das ist es nicht wert. Meine Güte, da hat aber dein Schatz ein sehr großes Ego, also Ego im Sinne von, da sind die Zweifel und die Ängste und die Blockaden, die drücken mal richtig auf die Herzebene. Die reden hier ununterbrochen rein und ja gut, Entschuldigung, kein Wunder, bei der Aussage hier, was hier die Ängste und Zweifel hier reinbringen, kein Wunder, dass dein Schatz vor seinen Gefühlen flüchtet. Also Entschuldigung, wäre ich wahrscheinlich nicht so ein emotionaler Mensch, und Herzmensch, würde ich mir wahrscheinlich hier auch in die Hosen machen und die Dinge nicht betrachten, wie sie sind, die Gefühle nicht beachten. Halleluja. Wie ist der mögliche Ausgang? Was gedenkt dein Schatz zu tun oder zu unternehmen? Da bekommen wir hier die 5 der Münzen, die 5 des Wassers, Entschuldigung. Dann habe ich jetzt die Münzen hergenommen. Die Geduld. Und wir haben hier den Ruf. Nun, ich würde dir gerne was anderes sagen, aber dein Schatz ist ein Arsch. Nicht bös gemeint, er oder sie kann hier gerade nichts dafür, was heißt nichts dafür? Ich meine, dein Schatz ist nicht Opfer der eigenen Situation, ja, aber hier ist ein Hier ist einfach, hier wird alles abgeblockt. Was ist mit dir los? Die 5 des Wassers, ja, hier ist ein Teil von deinem Schatz trauert hier der Situation, der alten Situation oder dem alten Zustand mit dir nach, ja, hier ist, hier wird, hier wird getrauert um das, was ihr hattet, ja, und es wird wird aber nicht im Geringsten betrachtet, was ihr zwei haben könntet miteinander, ja, diese Möglichkeiten, ja, dieses, diese Verbindung, diese Zweisamkeit, diese Vereinigung, das ist, wo ist der Hammer? Nein, nicht in, nur nicht aggressiv werden, nee, machen wir nicht. Hier, Patience, Geduld, Geduld. Hier sind Verarbeitungsprozesse notwendig. Die sind hier am Laufen, aber sehr, sehr langsam, weil er dein Schatz hier alles Mögliche ablockt. Und dick sind die Mauern um das Herz. Heilige Hier wird, hier schreit der Ruf, hier schreit das Herz, hier schreien die Emotionen, hier will getan werden, aber Nein, er oder sie überhört den Wecker, ja, da ist der Wecker neben dem, neben dem Kopfkissen schon auf dem Nachtkästchen und der wird einfach missachtet, der Wecker, der wird nicht beachtet, der wird hier einfach ignoriert. Was ist hier? Da ist der Ruf, der Ruf ist eigentlich, der Ruf ist laut, ja, also das hier ist jetzt nicht irgendwie nur so ein kleiner Wecker, der ein bisschen bieb, 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 bieb macht, sondern das ist hier der, der Dampfhammer eigentlich, ja, und zwar ist es der Wecker von oben, der Wecker von oben und der wird hier unterdrückt und zwar so dermaßen. Aber weißt du, was das Gute an der Situation ist? Das da hier und da verwette ich meinen Hintern drauf, das ist eine Sache oder beziehungsweise die Erfahrung habe ich gemacht, das ist eine Sache, die funktioniert eine Zeit lang gut, ja. Dieser Weckruf wird immer lauter und immer lauter, ja, man kann hier durch gewisse Abwehrmechanismen oder dicke Mauern kann man hier diesen Ruf schon mal eine Zeit lang ignorieren, aber irgendwann mal, irgendwann mal, ihr Lieben, kommt der Dampfhammer und da ist dein Schatz nicht mehr in der Lage, diesen Ruf zu ignorieren, ja, das verspreche ich. Es kann dauern, bei dem einen ist es kürzer, bei dem anderen dauert es länger, ja, also ich kann hier zeitlich, wir haben hier eine Zeitkarte liegen, da schauen wir gleich drauf, aber das ist wirklich der Hammer, der kommt und der pustet ihm die Birne weg oder ihr. Wir haben hier zwei Liebesbotschaften bekommen, was sagen die aus? Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden, ja, das ist das, was dein Schatz hier innerlich auch weiß und wahrnimmt, ja, aber das wird hier ignoriert, aber das kommt hier mit dem Dampfhammer, kommt es hier ans Tageslicht, früher oder später. Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft, ja, eine Freundschaft ist für mich auch eine, eine gewisse tiefe Verbindung, wo einfach dieses, wo dieses Vertrauen passt, ja, man, man, ja, diese, diese Freundschaftskarte hier zeigt diese Verbindung für mich auch auf, ja. Wenn, zum Beispiel, ich habe mich, letzte Woche habe ich mich mit einer Freundin getroffen, die habe ich schon, frag mich nicht, wie lange nicht mehr gesehen, ja, aber das, waren es ein Jahr oder waren es zwei Jahre, keine Ahnung, und wir saßen gemeinsam im Restaurant und wir haben uns unterhalten und es, es war so, als wären wir nie voneinander getrennt gewesen, ja, das ist dieses Band, ja, wo einfach dann weiterläuft und das ist hier, ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt noch versteht, weil ich ein bisschen abgeschweift bin, aber das ist hier eben die Verbindung zwischen euch, das, wenn beide, also wenn ihr euch zum Beispiel wieder begegnen würdet, ja, also, wenn ihr euch treffen würdet oder dergleichen, ja, oder jetzt in einer bestehenden Partnerschaft, wenn ihr miteinander seid, dass ihr einfach wieder euch zusammensetzt und euch auf Augenhöhe begegnet, ja, und miteinander kommuniziert, dann ist es auch so, als wäre nie eine Distanz dazwischen gewesen, ja, ob jetzt emotional oder räumlich, das ist, ihr seid so miteinander verbunden, dass es, dass es, dass es, dass es wieder so ist, wie beim letzten Mal, ja. Was sagt die Entscheidungskarte für die mögliche Zukunft, für die Handlungsebene? Ha, 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 bam, okay, hier, da, sorry. Und das kommt jetzt, diese Botschaft hier kommt jetzt zu einem Kopfmenschen, ha, höre auf dein Inneres. Der erste Impuls kommt meistens von unserem Unterbewusstsein und ist oft gar keine so schlechte Antwort auf unsere Fragen. Vertraue deinem Instinkt und tu das, was sich am besten anfühlt. Ja, meine Liebe, mein Lieber, das ist es. Aber wenn du hier natürlich dich von deinem Ego, von deinen Ängsten, von deinen Zweifeln unterbuttern lässt, dann kommst du hier nicht voran. Und ich wiederhole mich hier nochmal, keine Sorge, hier, wenn der Dampfhammer kommt und dich einholt, mein Lieber, da schaust du dich aber um. Und der Dampfhammer kommt, ja, der kommt, der kommt. Als Zeitkarte habe ich das hier bekommen. Die Jungfrau-Karte, entweder bist du hier Zeichen Jungfrau oder hast du es in Sonnen, Mond, Mars, Venus oder dein Schatz hier. Hier steht, sammle die Ernte, die Zahl 6, 6 Wochen, 6 Monate. Ja, Liebes, 6 Wochen ging ja noch, 6 Monate ist eine lange Zeit, ja. Aber göttliches Timing, gewisse Prozesse brauchen ihre Zeit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber, hey, auch ich bin dem göttlichen Timing unterwegs, ja. Und mir gefällt es auch nicht immer in meinem Alltag, ja, in meinen Alltagssituationen, sei es jetzt beruflich, liebestechnisch, finanziell oder sonstiges. Aber ja, wir können sowieso nichts dran ändern. Schau du bitte für dich, dass du hier nicht in einer Warteposition drin steckst, ja. Weil, also natürlich, stopp, 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 stopp. Natürlich, wenn du hier in einer bestehenden Partnerschaft dich befindest, ja, und dir wird es einfach zu blöd, dass hier nichts vorangeht und dass ihr in dieser emotionalen Distanz vielleicht verweilt, ja. Dann hast du hier die Möglichkeit, oder da hat dir jeder die Möglichkeit zu sagen, du stopp, weißt du was, so nicht. Entweder, entweder wir kommunizieren jetzt miteinander und wir machen hier, schaffen hier Klarheit in unserer Situation, in unserer Beziehung, ja, und sind offen und ehrlich zueinander. Oder wir lassen den ganzen Dreck, ja, egal was da dran hängt, ja. Schau bitte auf dich, guck. Oh, ich möchte jetzt gleich noch, für dich hier als Zuschauer möchte ich gleich noch ein, zwei, drei, weiß nicht wie viel ich bekomme, Karten ziehen. Als, ähm, als Ratschlag für dein Vorgehen hier in dieser, in dieser Situation, ja. Also du kannst hier natürlich jetzt drinbleiben, ist deine Entscheidung. Du kannst auch sagen, ey, weißt du was, ich zieh mich zurück, weil, was soll der Kack? Ich, 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 ich wiederhole mich nochmal, der Dampfhammer kommt und dein Schatz wird dann nicht länger in der Lage sein, sich zu verstecken vor seinen Gefühlen, vor seinen wahren Emotionen, von der Wahrhaftigkeit eurer Verbindung. Natürlich, schreibt mir sehr gerne eure Meinung wieder in die Kommentare. Ich lege hier deinen Schatz mal dahin. Ich ziehe für dich jetzt Karten. Was ist, okay, also die hier möchte auf jeden Fall mit. Was ist hier dein, der Ratschlag für dich? Wir bekommen hier die, die 10 des Wassers. Ich mische mal so lange weiter. Ne, ich zeig's dir erst. Hier ist die 10 des Wassers. Erstmal für dich. Äh, sagt mir hier. Lass bitte dein festgesetztes Bild, deine Vorstellung von dieser perfekten Verbindung hinter dir, ja. Überdenke bitte, okay, denke, überdenke bitte die Sache Neu. Busch, okay, ähm, es steht geschrieben. Überdenke bitte die Sache Neu. Das heißt jetzt nicht so, vergiss ihn, vergiss sie, ja, sondern einfach nur dieses Bild, das du von eurer Verbindung hast. Lass es los, okay? Was du tust und nicht tust, ist deine Sache, natürlich. Ich übermittle hier nur für dich den geistigen Rat oder die Botschaft, den Ratschlag aus der geistigen Welt. Also, wir haben bekommen gleich im Anschluss den Turm. Könnte jetzt bedeuten, dass du hier aufgefordert bist, aufzuräumen, ja, bei den einen oder anderen, ob jetzt in einer bestehenden Partnerschaft oder in einer Wunschpartnerschaft. Dass du hier für dich einstehst, dass du hier aufräumst mit deinen, in deinen Vorstellungen, in deinen Wunschvorstellungen, ja, von dieser Verbindung. Dass du hier allgemein für dich Entscheidungen triffst, ja, also Entscheidungen, die dein Leben, die dein weiteres Vorhaben betreffen. Dass die hier gefällt werden, dass die hier getroffen werden, damit du hier in deine volle Größe und in deine Stabilität wieder reinkommst, ja. Weil so eine, wenn es sich hier jetzt um eine Wunschpartnerschaft bei dir handelt, das kann einen schon mal ziemlich runterziehen, ja. Weil Herzmensch ist hier in der Hoffnung, ja, ist hier immer im Gefühl dem anderen gegenüber. Ja, mein Gott, ist ja nicht verkehrt, aber es soll dich nicht auffressen. Es darf dich nicht auffressen. Es darf dich nicht kaputt machen, ja. Du bist so großartig, du bist so schön und so klug und so toll und lass dich nicht kaputt machen von sowas, ja. Nicht davon, egal wie stark die Verbindung ist. Du bist hier, um dein Leben zu leben, immer noch. Der Tür. Die Acht des Wassers. Ich werde gleich emotional, ja. Ich habe letztes Mal schon, jetzt eins der letzten Videos war, wie hieß es? Wenn ich es nicht vergesse, kann ich es ja verlinken. Und manchmal ist es einfach besser zu gehen. Das sagen hier, die Acht des Wassers sagt ja auch aus, wenn das hier alles eine zu große Belastung ist für dich. Diese ganze Situation, diese ganzen Umstände, diese Warterei, ja. Und doch, ihr sollt nicht warten. Ihr dürft nicht warten, ja. Weil das hindert euch an eurem Vorankommen. Das hindert euch zu leben, ja. Aber dennoch macht es. Ein Gefühlsmensch tut dies einfach, ja. Weil ein Gefühlsmensch einfach in seiner Emotionen lebt. Ist so. Ich weiß es. Scheiße, Mann, ich weiß es. Aber hier muss man halt einfach mal, manchmal ist es einfach das Beste, umdrehen und gehen, ja. Und auch wenn hier schöne Momente, schöne Zeiten zurückliegen, dann behalte dies in deiner Erinnerung. Aber manchmal muss man für sich, für sein Leben einfach die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt, ja. Und dann decken wir hier für dich die drei, die drei der Erde, die drei Münzen, ja. Und dann, ja, es ist eine Herausforderung für dich. Es ist eine Herausforderung für dich. Und ich verspreche dir, wenn du dich dafür entscheidest, wenn du dich dafür entscheidest, dich für dich zu entscheiden, ja, für deinen Weg, dann wirst du diese Herausforderungen, oder diese Herausforderungen, ja, hier mit Bravour meistern. Du wirst hier Erfolg haben, ja, es ist eine Lehrenaufgabe von dir, sonst wärst du jetzt nicht in dieser Situation. Wie entscheidest du? Wer hat dir darüber nochmal bewusst? Durchleuchte nochmal deine, deine Vorstellungen hier, dein Bild über diese Verbindung, ja. Räume hier nochmal richtig auf. Und du hast hier beim Aufräumen auch die Unterstützung aus der geistigen Welt, die dir hier ein bisschen ein paar Sachen vielleicht auch zeigen. Durch Botschaften im Außen, vielleicht auch im Inneren, durch deine Träume, ja. Spür dich da rein, guck es dir an. Und wenn nötig, ich schreibe niemandem vor, was hier zu tun und zu lassen ist, ja, um Gottes Willen, steht mir nicht zu. Aber hier ist angezeigt, manchmal ist es notwendig, sich umzudrehen und zu gehen, ja, und die Situation hinter sich zu lassen. Und du wirst erfolgreich aus dieser Situation rausgehen, so oder so, egal was kommt. Wow. Wuff, das war mal wieder eine tolle Geschichte. Noch eine Information für dich, meine Liebe, mein Lieber. Und am Werk der Liebesbotschaften ist die Kraft für dich, ja, die Kraft für deine Vorhaben. Ich habe die Kraft, nein zu sagen oder zu gehen. Nochmal die Bestätigung, ja, habe keine Angst. Sei mutig und stehe für dich ein, okay. Und hier auch unter den Entscheidungskarten. Schlaf lieber nochmal drüber. Am nächsten Tag sieht alles schon ganz anders aus. Und die Entscheidung fällt dir mit etwas Distanz gleich viel leichter, ja. Ja, das ist hier dieses Bewusstwerden über die aktuelle Situation. Ja, ihr Lieben. Ich danke euch von Herzen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.